Flensburg-Handelwitz Du bist nordisch einzig hier Sind wir zuhause Moin liebe Fans, es wird wieder Zeit Fanfreitag, ihr könnt eine von ich oder Hendricks Trikots gewinnen Einzige was ihr machen müsst, das erklärt Hendrik jetzt Ihr müsst auf den Youtube-Kanal gehen und abonnieren und da unten könnt ihr schreiben, warum wir SG-Fans sind und dann habt ihr die Möglichkeit unser Trikot zu gewinnen Viel Glück